Jo Leute und damit, willkommen zurück zu Super Mario RPG. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja weiter in der Waffenwelt vorgekommen sind, sind wir jetzt hier unten gelandet. Da vorne steht noch ein Buster, wie es aussieht. Die anderen waren auch zwei und ja, gucken wir mal. Schuft da, vorzüglich. Die Produktion läuft wie geschmiert, geölt und gesprudert. Und das, obwohl Klingklong, Bodo, Speerfried und die Ballbande samt und sonders die Waffen gestritten. Doch schmiedrig, unser Gebieter, wird im Klingeln umdrehen eine neue Armee haben. Und zwar stärker und schnittiger denn je. Wie bitte? Eine neue Armee? Aber das könnt ihr doch nicht machen. Eure ganzen bösen Waffen haben schon viel zu viel Unheil umgerichtet. Was bist du denn für einer? Das tut nichts zur Sache. Aber schau mal, wen ich hier dabei habe. Mario! Also ergebt euch lieber, ehe wir euch das Blech über die Ohren ziehen. Schön alle Maschinen ausgestaltet, sonst gibt's dicke Dellen, doof Mann. Recht bist du auch noch, wie? Na warte. Gnaz, Hämmer. Gnaz, die Gestalten. Gnaz, Hämmer. Gnaz, die Gestalten. Was? Okay. Gnaz, die Gestalten. Zack. Tschüss. Okay, mir Hammer auf den Kopf. Tschüss. Angriffe erhöht. Und tschüss. Gnaz, ich glaub dir, das beeindruckt mich. Attacke! Sorry, ich schreie immer viel zu viel rum, oder? Mit Schufter. Ach, ich probiere einfach mal was. Schauen wir mal, ob das was wirkt. Jupp. Sehr gut. Dann hauen wir das nochmal rauf. Määh. So. Warum habt ihr noch Leben? Die Viecher, ey. Wow. Da hab ich gut geblockt eben. Tschüss. Der ist auch weg. Schönen Echo-Schlag. Und tschüss. Okay, das war's. Jo. Aha. Hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Und wehe, ihr versuchst nochmal. Es kann nicht mehr weit sein, Mario. Lasst uns rasch weiter. Fabrikwelt. Wozu dieser Scheiter hier wohl gut ist? Hm. Wozu gar nichts. Komisch. Hey, Mario. Was ist denn in dich gefahren? Ach so. Haha. Bei mir ist was total Schlimmes. Wie? Und ich soll hochschauen, ob ich recht... Ob ich recht? Was? Und ich soll hochschauen, hab ich recht. Aber der Trick zieht bei mir nicht. Oh nein. Krall. Mario, zu Hilfe. Hui. Das ging ja gerade nochmal gut. War dann wohl für den Greifkran zuständig. Der grüne Schalter. Oh man. Mario. Endlich hab ich's hierher. Zu dir geschafft. Ich hab was dabei. Das... wird euch nützlich sein auf eure Mission versprochen. Aber eure Hoheit. Ihr hier? Und ob. Bitte verzeih. Ich bin heimlich aus dem Palast geschlichen. Ohne dir oder dem Kronminister Bescheid zu sagen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Und da wollte ich Mario helfen. So gut ich nur kann. Prinzessin. Ich... Ich freu mich sehr. Denn das heißt, dass ich nicht nur Mario helfe. Sondern auch euch. Welch ein Glück. Ach. Ich bin im siebten Himmel. Und ich kann nicht mehr lesen. Hilfen? Was möchtest du denn für uns tun? Fragt lieber, was ich schon getan habe. Und zwar allerlei tolle Sachen hergetragen. Eine nützlicher als... Eine nützlicher als die andere. Schaut nur. Was? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Das kann ja was werden gleich. Ah. Na gut. Und dann füllen wir mal auf. Haben wir genug. Zack. 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 Das ging nur sechs. Gruppenreiniger. Danke. Und das verkaufen wir wieder. So. Und das hier ist von mir. Natürlich gratis. Bitte sehr. Kandis Bonbon erhalten. Ich danke dir, Toad. Eure Hoheit. Mario, es ist nicht mehr weit. Macht den Schurken Beine. Komm mal da rauf. Nö. Schon wieder solche? Malhemmer. Erstatten Bericht, Chef. Borkhoff. So gut wie vollendet, Chef. Liegen super in der Zeit, Chef. Lord Schmidrich wird stolz sein, Chef. Gut habt ihr das gemacht. Je emsiger es hier zugeht, desto stärker und mächtiger wird Lord Schmidrich bald sein. Chef Schufter. Wir produzieren Waffen von höchster Güte. Denkt nur, was unser Meister damit bewirken kann. Marius wird erobern, ganz klar. Und dann können wir tun, was wir wollen. He he. Ha ha. Ga ha ha ha. Falsch gedacht, ihr Schu... Kupferköpfe. Ihr Werkzeugkastenhüller. Hüter, wollt ihr die Welt erobern, dass ich nicht brülle? Ich reiß mir den Laden unter die Klaue. Und keiner sonst. Und das merkt ihr euch gefälligst. Klar? Hemmer, das ist ja Mario. Nicht mal unser Klingklong und Speerfriedkonstrukte konnten ihn aufhalten. Wie bitte, Mario? Wen schärtsche Mario? Von mir wird hier gezittert. Im... 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 Impetinenter Wicht. Und keiner einen Schritt weiter, Mario. An uns kommst du nicht vorbei, Mario. Ah! Rache! Pause, ey. Bosa ist wieder beleidigt. Autsch. Ich will mal was gucken. Ich will mir das hier. 200. Auf alle. Junge, ey. Was? Schon wieder? Vergifte ich euch nochmal. Wenn das bei dem wirkt, ist die Frage. Jo. Zack. Springen wir auf den Kopf. Wow. War falsch gesprungen. War falsch gesprungen. Na toll. Daneben. Geblockt. Ich weiß, ich habe noch die Spezialattacke, aber die will ich auch probaren. Für Schmiedrich. Ist besser. Weil wir die nämlich schon haben. Dann kann man sie jetzt mal sich bewahren. Nice level. Für Melo. Ähm. Ja, seine Abwehr. Muss auch weiter hoch. Ach, gehen auch noch. Na klar. Magie-Schutz. War das Bowser auch noch? Wow. Oh Mann. Das muss hoch. Stark bin ich und schlau. Doch, Missachtung abermals. Stark bin ich und schlau. Doch, Missachtung abermals. Ist das ein Schorkenslohn. Oh, armer Bowser. Oh, der war echt traurig. Du da. Hast du hier das Sagen? Sprich sofort. Ist euch überhaupt klar, was eure Waffenübelz in unsere Welt anrichten? Hört sofort auf mit euren Gemeinheiten. Habt ihr verstanden? Mit Verlaub, wertes Kind. Euresgleichen hat hier gar nichts zu melden. Und ich will euch alle ein einziges Mal warnen. Wer sich Schmiedrichs widersetzt. Der landet im heißen Schmelztiegel. Im heißen Tiegel? Das macht uns keine Angst. Wir haben nämlich Maui. Der schützt uns. Keine Sekunde Produktionspause. Die Bänder müssen rollen. Eindringen werden. Eingetigelt. Eingetigelt. Oh, Mann. Aua. 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 What? Machen wir das hier wieder. Erstmal. Boink. Und bei ihm ging es natürlich daneben. Ich muss Gruppenheilung machen. So. Eigentlich müssen wir erst den anderen da erledigen, ne? Den hier. Die Oberschrift da, weil sonst kommen die anderen ja wieder. Aua. Hab vergessen zu blocken, eben. Machen wir das mal. Äh. Die sind weg. Und kommen nochmal. Wetten. Mario muss geheilt werden, ey. Dankeschön. Kommt auch nicht wieder? Mutschub. Angriffsschub. Really? Was machst du denn noch, Junge, ey? Normalerweise musste ich heilen, aber ja. Mach das. Nee. Wow, das hat ja gar nicht gewirkt, richtig? Wie viel Leben hat denn der Typ? Na klar. Das hat ja gar nicht gewirkt. Da, 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 da. Aua. Hm. Perfekt. Oh, tschüss. Weg fahren sie. Suck. Die sind nervig. Oder der ist nervig, eher gesagt. Ähm. Weißt du was? Machen wir das. Tschüss. Mario, Platz wieder. Aua. Klar, wieder welche gerufen. Na, wir haben einen Royalsirup nur noch, ne? Leider. Wie fährt der Typ eigentlich aus? Erstmal heilen. So. Aua. 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 Mist. Ist das nervig. Sorry. Ich setz jetzt doch ein. Geh doch. War nur noch nervig. Welch furchtbare Grobianen, man hier trifft. Aber wir dürfen auf keinen Fall aufgeben. Diese Rohlinge dürfen nie wieder einen Fuß in unsere Welt setzen. Wie sieht's aus? Wir werden ja mal komplett geheilt, ne? Äh. Wo muss ich jetzt speichern? Äh. Äh. Hier. Jetzt mal gucken, ne? Weiter geht's. Schau an, schau an. Wenn das nicht Mario ist. Schuft der Boss. Liebe Freunde. Hier ist euer Weg zu Ende. Ihr freut euch das Gefühl, es fast bis zur Schmiedrigsstätte geschafft zu haben. Doch eben nur fast. Nun werdet ihr als Zielscheibe dienen. Und zwar für meine wundervolle Findung. Den Pyropanzer. Feuer frei. Pyropanzer, ey. Junge. Diese haufenweise Gegner hier, ne? Sind echt nervig. Ach. Mist. Ach, ich... Wow, ich war jetzt komplett weg. Weg. Vollkommen raus. Weg raus. Ja, ist das der ewig weiss. Doch komplett raus. Ich glaube, völlig verwechselt die Attacken. Ob das was bringt? Also bei ihnen schon mal nicht eben. Was? Deligator. Ja klar. Hm. Der kann ruhig weg. Ich muss jetzt mal knudeln. Alle knudeln. Hm-mm. Junge. Die haben aber auch immer Leben, ey. Geht das? Schauen wir mal. Aber mal gucken. Okay. Also bei ihm nur. Hm. Oh-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Okay. Boing. Boing. Klar, wechseln mal die Gegner. Aua. Das sind... Das ist Ennegrator. Tschüss, Mario. Montermacher. Machen wir das auch mal so. Ach, wir haben nichts mehr, ne? Ich müsste sie eigentlich nochmal heilen. Bevor ich das andere reinsetzen kann. Okay. Hab geblockt. Ah. Ich hasse dich. Warum? Hm. Ja, ist egal. Komm. Zack. An diesem Mal kein extra Item erhalten. Doink. Doink. Okay, der ist schon mal weg. Sehr gut. Desintegrator. Desintegrator. Schon wieder mal. Komm, Knudeln. Danke. Geblockt. Sehr gut. 92. Auch nicht sehr viel, ey. Auch nicht sehr viel, ey. Hm. Extra Bonus. Die Attack ist so mies, ne? Warum hält denn der so viel aus, ey? Machen wir das? Zack. Perfekt. Aber nicht sehr viel, ey. Oh, nicht sehr viel, ey. 164. 164. 164. Ah, also übersprung wieder. 17 haben wir nur noch. Hm. Schafft. Diese Bosse hier, ey. Und zwei Level-Up. Mario Peach. Ähm, machen wir hier. Und bei Peach? Peach hat aber gut Abwehr, ne? Ja, machen wir hier. Bring doch nochmal mehr. Hm, trotz allem scheint das Werk weiter Waffen zu produzieren. Schau, Mario. Dort, die Waffen scheinen jene Röhre zu entspringen. Dort muss ich Schmiedrig verbergen und unermüdlich seine Kampfwerke zu überfertigen. Er steht fest. Um das letzte Sternstück zu finden und den Fluss neuer Waffen zu stoppen, muss er besiegt werden. Es ist soweit, Mario. Ein unausweichlicher Kampf steht uns bevor. Bist du bereit? Unser Abenteuer ist fast zu Ende. Und danach werde ich... Ach, einerlei. Komm, lass uns los. Und gleich. Ach, Tod ist gar nicht mehr da. Wow. Kurz kaufen dürfen und dann haut er wieder ab. Hm. Super. Naja. Äh. Ja, speichern. Hm, wieder volle KP und alles, ne? Hm, hm. 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 Ach so. Okay. Jetzt mal festhalten. Und rein da. Interessant. Willy. Huch, schau nur. Dort drüben. Das ist das letzte Sternstück. Hm. Habt euch meine Arbeitsstelle zur Genüge betrachtet, wie? Hau. Ah. Schaut so, mir welcher Leichtigkeit ich neue Sterben fertige. Schmiedrich. Lass deine Schurken weg und gib uns das Sternstück sofort. Na nu. Du da. Du bist doch Mario, stimmt's? Aha. Wir werden wohl ein wenig um das Sternstück streiten müssen. Am Bossfratze, lass den Sternen rüberwachsen und dann raus mit deinem Blechband aus meiner schönen Festung. Na na. Wer wird denn gleich aus deinem Panzer fahren, werter Freund? Deine Festung fällt mir ausgesprochen. Ein wunderbarer Bösewicht Ort. Jawohl. Ort. Schmiedrich, sei kein Ungeheuer. Wir haben so viele Strapazen erlebt. Bitte gib uns das Sternstück. Ah. Ich sag euch was. Ihr gebt mir jetzt eure Sternstücke und dann unterjoch ich eure abensillige Welt, die mir ohnehin gebührt. Nie soll dort ein Wunsch in Erfüllung gehen. Statt Wünsche gibt es dann nur Waffen, Waffen überall. Kommt nur Schwächlinge. Ihr sollt unter meinen Hammer enden. Okay. Wiegel. Schmiedrich. Aha. Gresse. Aua. Junge ey. Wäser. Wäser. Irgendwann. Nur wenn ich so schnell aufdrücke. Boink, boink. Wow. Das war kackatrophal. Und kackatrophalvolle. Ich hätte wieder fast nicht schnell gedrückt. Das war katastrophal, ey. Der Sprung. Lichtklingel. Aua. Das war ja nicht so stark. Ich will die... den Tegel jetzt zerstören, ne? Die braucht er nicht, finde ich. Genau deswegen. Klar. Aha. Genau deswegen will ich den da erst kaputt machen. Presse. Au. Haben wir bitte Gruppenheilung? Danke. So. Autsch. Ich muss noch was gucken. Äh, du einmal. Was ist, wenn ich Schneemeister mache? Wie zieht das ab? Okay. Das sieht schon mal sehr gut aus ab. Ich muss gleich hier aufladen, ne? Der ist weg. Sehr schön. Wie viel Leben hat das Drecksvieh denn, bitte? Junge, ey. Schwertalien wieder. Können wir auch wieder nicht ausweichen. Na, die Presse auch nicht. Von der Presse auf die Fresse. Sorry. Nein. Tina will ich gucken. 131 noch. Elektro. Ich spucke Feuer. Sehr schön. Dann spuck du mal Feuer. Bild. Ach, der ist erledigt. Okay. Schwertalien. Aha. Abgeblockt. Dann gucken wir mal, was bei ihnen steht. 1324 noch. Oh, Junge. Oho. Nicht schlecht. Mhm. Knudeln. Ähm. Ah, Hornsirup. Äh, jo, 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 jo. Machen wir den mal. 200. Extra-Item für dich. Nice. Autsch. Hm. Hm, 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 hm. Einfach noch mal einsetzen. 200. Tü, tü. Tü, hm, 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 hm. Ich guck mir mal so was hier. Lashiii. Was haben wir da bekommen? Äh. Ja, 100kb. Stimmt, ja. Man wirkt eh nicht. Ich gucke noch rein in den Raum ja gerade gar nicht. Abwehr. Extra-Item für dich. Autsch. Geh mit da. Geh mit da. 27. Junge. Eigentlich wollte ich das hier machen. Die meinen, die aufladen. Aber die nämlich brauchen. So, du machst das auch bitte noch mal. Okay. Fresse. Fresse gibt einer auf die Fresse. Ich bin so doof, ey. Machen wir mal Schneemeister noch mal, ne? Das hat ja auch gut abgezogen. Zack. 113. Naja, gut. Hm, relativ gewesen, ne? Aber ist besser als gar nix. Machen wir den Supersprung mal wieder. Boing. Schön, den könnte ich auf die Fresse. Auf die Fresse. Ich meine auf den Kopf eigentlich. Hm. Toll. Irgendwie kriegt das nicht jemand mehr. Aua. Aua. Aua, aua. Ich weiß nicht mal, wie viel er noch hat. 530. Sehr gut. Oho, nicht schlecht. Hm, hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das absieht. 133. Okay. 94. Hesse. Ähm. Ich würde sagen... Ich gucke hier die Nummer. Boing. Boing. 103. Bowser. Hm. Kriotechnik. Machen wir die. Hm. Mal gucken, wie viel das absieht. Beim letzten Mal zeigen wir das aber nochmal. 200. Lord Schmiedrich beruhigt euch doch. Ihr qualmt ja richtig. Nur die Ruhe, Meister. Denkt an euren Blutdruck. Diese Plattform wurde erst gestern gebaut. Bitte bringt sie nicht zum Beben, sonst... Erbärmliche Stirnfriede. Ähm. Was geht hier vor? Wer wagt es mir, den Boden unter den... Erbärmliche Stirnfriede. Du selber? Idiot. Erbärmliche Stirnfriede. Erbärmliche Stirnfriede. ertragen es ist zeit nun nun sollt ihr meine wahre gestalt sehen meine wahre macht kramer und leid ohne grenzen sollen euch ja sein was mt krümmel willi na klar Na klar. Neue Gestalt. Was? Was macht der denn da? Willi? Schmiedrig, schmiedrig. Elektro. 7.800... Wow. Stahl- und Eisenwesen. Ich muss in der Nähe vom Sturm vorsichtig sein. Was? Warum hat der so viel? Gift hilft, glaube ich, auch nicht, oder? Weil das halt ein Boss ist. Aber gut, was abgezogen. Aber Junge! Warum denn so viel? Kugelbumser. Ach, Bosser ist tot und besiegt. Mist. Mist, Mist, Mist. Anfällig. Leech. Ähm... Machen wir das. Aber Junge, Junge. Din, 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 din. Scheiß, die wandern, ey. Junge. Ähm... Muntermacher. Lass mal wieder beleben. Was für ein Drecksvieh. Der macht aber auch Schaden, ey. Was ist das denn jetzt für ein Mistding? Keine Anfälligkeit. Ich hab's eh doch auch grad wiederbelebt, sondern war sie wieder tot. Mann. Sperrhagel. Wow. Was für ein Drecksvieh, ey. Wirkungslos. Natürlich ist was wirkungslos. Tu mir hier auch. Gott, ey. Der Gegner, ey. Sperrhagel. Jetzt macht er das wieder. Jetzt macht er das wieder. Okay. Okay. Really? 6.894 noch. Nächste Attack. Jetzt kann ich mich erstmal nichts verletzen. Zeit zum Heilen. Was? Du willst dich heilen? Wer erlaubt dir das? Ich nicht. Okay. Das sieht ja gar nichts ab, ey. Oh Mann. Wir haben schon wieder nichts mehr, ne? Wir haben schon wieder nicht mehr wirklich was. Ich muss ihn aber so heilen. Zack. Dankeschön. Dankeschön. Löserlich. Äh, Schneemeister. Wie fett ist das? Untere Teil überhaupt? Anfällig. Äh, ich weiß nicht, ob wir zuerst den unteren Teil eigentlich angreifen sollten, den hier. Ah, er kann nämlich nicht bewegen. Für mich der Körper ist kampfunfähig. Wir haben hier nicht kampfunfähig gemacht, den unteren. So schnell? Okay. Man bewegt sich wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit wieder, oder? Aber jetzt ist er eigentlich nur in der Verteidigung, oder? Erholung. Alles klar. Oh, wieder der. Elektro. Oh, diese Attacke, ne? Sie ist so nervig. Hm. Muss ich machen. Äh, jetzt brauche ich das wieder. Next item für mich, ist ja gut. Mwahaha, ich trotze nur so vor, Graf. Ich müde, der Körper kann wieder kämpfen. Aha. Und das sieben. Wie viel hat denn der da unten überhaupt? Hm, hm. Schon wieder nicht geschafft. Immer dieses Perfekte da hinzukriegen. Na. Man. Na, was kommt jetzt wieder? Das Ding, was keine Anfeindlichkeit hat, ne? Ah, lass mich mal was gucken. Keine. 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 Wer blockt, zum Glück. Ähm. Das ist viel Gruppe. Ich schreibe. Ich schreibe. Hol Mario mal nochmal wieder. So. Muss ich halt immer machen. Auch wenn Mario komplett geheilt ist, ey. Heilhage. Das ist so nervig, ey. Das macht das wieder rückgängig. Jetzt kommt das andere Ding wieder, ne? Hm. So, dann mache ich mit ihnen wieder das. Und der einen Teil ist wirkungslos. Geblockt. Ähm. Warum wirkungslos jetzt? Oder hat sich das geändert? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin jetzt körperlich. Das kommt vom Weg. Löschlicht. Was ist das? Warum kann er es eigentlich trotzdem machen? Das ist doch dumm. Jetzt wieder der dumme Panzer. Und direkter Angriff, ne? Direkt. Erstmal wiederholen. So. Ähm. Kopfonnade. Das ist halt in 30, ne? Oh, naja. Besser als gar nichts. Das ist nervig. Oder hat sich das verändert eigentlich? Ne, das ist elektro. 5.713. 45. Stahl. Ja, ja. Junge. Ähm. Ach, wer erhöht. Daneben. Mua, ich stosse nur so vor Kraft. Ja, ja. Ähm. Viel Ciao noch. Extra. Machen wir nochmal Stärke. Okay. Du kriegst auch nochmal den Stärke. Mh. Du kriegst nochmal den hier. Abfall erhöht. Hat mir nicht noch so alles. Naja. Ja. Ja. 30. Jetzt wechselt er wieder seine Form. Wieder das andere Ding. Meine Güte, ey. Wie viel hatten der jetzt noch? 5.743. Ah, Heilung Koffer Mario. Dankeschön. Hm. Wir brauchen auch nicht mehr viel Ahorn-Sirup, ne? Extra. Sehr schön. Dunkler Stern. Daneben. Aua. Äh. Ich mach nochmal Ahorn-Sirup. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr. Extra-Item für dich. So. Oh, das nochmal. Einfach da rauf. 35. Junge, ey. Schwertage. Ui, der Angriff geht echt ganz schön lange. Nice. Bei dem war das doch so, ne? Eis. Okay, ich glaube, ich habe nur falsch eingesetzt, ne? Zack. Komplette Heilung. Autsch. Autsch. Ja, aber wäre sehr gut. Wenn wir das eingesetzt haben. Sehr, sehr gut. Ei, ei, ei. Also der Kampf geht auf jeden Fall sehr lange. Hm. Nochmal die. Okay. Was beide getroffen werden, nämlich. Und mal den Feuerball auch einfach nochmal. Ich mach immer den Controller auf mein Knie, dass ich schnell halt drücken kann. Löschen. Löschlicht. Was ist das eigentlich? Er steht da ja nie. Der ist verwummt war dagegen. Ich glaube, löschlich ist, dass wir... Äh... Was steht da halt? Nicht. Ich weiß, dass du gegen Elektro schwach bist. Unfällig. Knödel, du Brudel. Jetzt muss ich mir wieder Knödel nehmen, ey. Junge, ey. Natürlich. Nur weil ich das nicht geschafft habe in dem Moment. 4526 noch, ey. Äh... Ich muss wieder überleben, Mist. Wir haben nur noch zwei. Dankeschön. Sehr gut. Ach du Kackvieh, ey. Ist der nervig. Hm. Oh, wieder Mario. Hat nicht geklappt. Oh, ich bin zu früh gedrückt, aber eben. Doch, hat geklappt. Sehr gut. Aha. Brau und Sirup. Du hässliches Mistvieh. Gott, ey. Ist der nervig. Hm. Hm. Oh, stark, ey. Junge, Junge. Jetzt habe ich geschafft zu blocken. Nice. Hm. Jetzt kommt diese hässliche Gestalt wieder, ey. Können wir nur so machen. Äh... Triotechnik ist nur zum Heilen da. Heilen auf jeden Fall erstmal. Dankeschön. Hm. Okay, der kriegt damit nochmal mehr Schaden. Das ist aber schon gut zu wissen, ne? Ähm... Bosa ist immer noch tot. Natürlich. Ich bin noch nicht wieder beliebt. Wiederkehre. Mist. Ich bin spät gedrückt. Hm. Okay. Das hat gut was abgezogen. Das hat echt gut was abgezogen, eben. Natürlich. Natürlich. Du hässiger Kobold, ey. Ich hab doch rechtzeitig gedrückt. Warum hat's nicht geklappt, hä? Hm. Hm. Ja, du strotze voller Kraft. Du kannst mich mal, du Mistfieh, ey. So. Jetzt können eure Peach nicht mal wiederbeleben, ne? Das ist halt gerade das Problem. Hm. Jetzt wechselt der wieder. So, der Eis. Der ist schwach gegen Eis, ist. Hä? Was ist das denn jetzt? Wir können ihn nicht mal wiederbeleben. Komm, verdammte Mist. Ach, Mist. Wie viel hat der denn noch? Was? Na klar. Werden wir denn so Mist vorbei, ne? Nee, ey. Ah. Ich bin halt gar nichts. Was? Kann nur abwehren. Sind halt alle besiegt, ne? Und ich kann halt gerade gar nichts machen. Wow. Ach ja. Mega. Mega Erholung. Will er mich verarschen jetzt? Toll. Ist der nervig, ey. Jetzt macht er wieder das. Warum? Jetzt ist Mario wieder da. Äh. Kann ich nur wieder beleben, ey. Kann er aber gar nicht machen, ne? Okay. Sollte er hier gleich wieder da sein. Löschlicht. Sag ich ja. Wie immer beleben können wir sie halt nicht. Ach, Manu. Klar, mach Erholung. Exi. Ah, das ist aber Freier eigentlich, ne, die Attacke? Ah, ja, wechsel doch schon wieder. Der Gegner ist so dumm, so schwer, ey. Und er macht das halt jetzt in einer anderen Reihenfolge, ne? Was? Äh, Proponade war das. Das war abgeblockt. Das ist aber nicht mehr, jetzt habe ich nur noch Mario. Nice. Jetzt habe ich nur noch Mario. Hm. Und ich schaff das wahrscheinlich nicht, oder? Hm. Und tschüss Mario. Er ist viel zu stark, der Gegner. So stark denn der Öl, ja, ja, ich weiß kaum. Ähm. Müsste ich mir nochmal machen alles, ne? Ja. Gut. Dann wollte ich aber hier erstmal die Aufnahme benden und dann sehen wir uns das nächste Mal mal wieder bei Super Mario RPG. Und dann probieren wir das einfach nochmal. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Bis zum nächsten Mal.